hallo leute zockt nicht zu viel seuf... was war das seuf... nicht so viel euer Sachs Bax ist wieder da genau mit mir ist mein hundi ist sehr treu mir weil ich bin der Herrchen... ja Kerl... ja stimmt hier hat sie mir vorher gekämpft was ist das? Dauert ok und ich... lol es brennt das ist ja... nein... tritt... oh nehm ich dies... aber es ist auch gut wow lol what ich denke woher schießen mich scheiße nicht getroffen oh yeah sich ein rader das muss wieder wie getan haben also so stark sind auch nicht wenn man hat gute waffen jetzt brauche ich was zu essen nehm ich einen joint ok na komm ich weiß wer bist du eigentlich einer ist oben sag mir wieso du musst dich ganze zeit wir nicht nein 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 nichts gutes habe ich gedacht hat der mir das noch was gutes es kommt nämlich es ist ja sie schulden in die trüge oh es ist Küchen, hoffe ich. Nein. Wo bin ich gelandet? So, sollte sein. Scheiße. Ich muss schon ändern, diese alle Dinge, weil, nerven mich das, wenn drücke ich 1 oder 2, das geht sofort die Flammenwerfer. Ne, Luscher will ich nicht haben. Jo, Muni brauche ich, ja das stimmt. Das nicht, 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 nicht. Passt schon, die will sich nicht nachsehen. So, Blechdaufe, gibt irgendwas hier, na komm, nehm ich. Hm, schade. Okay, wir sind oben, wahrscheinlich jetzt. Bei einer Spacko, von den Spackos, was sollte da oben sein? Oh, Sniper! Das nehm ich, äh, 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 äh. Alter! Gut. Gute Mönnchen. Oh. Da. Das. Nicht mehr, okay. Passt. Was haben wir da? H-Klammer. Ja, äh, Milchflasche. Okay. Ja, mal sehen, Moni. Nein, nein, nein. Oh, das ist nicht schlecht. Das nämlich auch. So, Whisky! Ja, saufen, wenn man... Das ist nicht gut. Nicht gut. Was haben wir da? Korken! Geil! Oh! Das lässt sich. Habe ich alles genommen hier? Okay, das habe ich auch genommen. Okay. Dann gehen wir runter schon. oder machen kurzer so bis gehen ich liebe also dieser ja so macht kleidung verbessern das auch verbessern das nicht das noch mehr verbessern werden die mir ist wichtig mehr rüstung da machen wir nicht so viel schaden so und öffnen wir ja ich muss alles ändern gleich weil das nervt mich so leute aber muss sein ja ein bisschen also piste will ich am 1 okay das würde ich auf fährt platz haben genau lol die war übertrieben schaden shirt will ich auf doppel so hatte ich okay von der habe ich sehr viel money kampfgewehr ja ok raketen das will ich auch neu haben neu genau das habe ich der jagdgewehr ok das ist okay dann haben wir das das ist auch nicht schlecht machen wir jetzt das ist mehr sniper flammenwerfer will ich auf acht haben und diese haben ja von dieser viel money sich das ist die ist die 44 ok muss ich gut schauen weil ich will noch die andere waffe die schlussflinte laser gewähr genau was die laser gewähr die mache ich auf andere taste genau laser gewähr machen wir auf null zack und die machen wir auf vier so nebenbei kam ja wenn man wenn ich lieber kam ja rein gehen ok schauen wir besser 16 so viel ok dies benutzen wir auf diese waffe herrschen wir haben mich gekillt so jetzt jetzt gehen wir weiter ja stimmt ich denke wir haben doch mehr leute gekillt korken oh melone hattest du nein ok was ist das spül appen ok nehme ich das ich hoffe mehr aber was habe ich genommen einfach er machen und hier ist einer auch mehr muni so sollte sein nix ok so jetzt muss wir in diese richtung gehen nur problem ist bei dieser waffe die hatten macht nie so viel schaden später muss ich die aber bevor wir sterben speichere ich war irgendwie gefällt mir hier nicht ok nix ok da ist gar nix hier haben wir korken aber das ist ok was hat wer hat die umgebracht frage ich mich gleich oh können wir reingehen ok ne ich will ja ein bisschen vorwärts gehen weil ich so langsam kämpfe ja wenn sie lachen ist ok finde ich aber ich will ja ich will ja ich will ja das ist akkord wenn ich noch ein bisschen warte so aus die haben kein waffen okay solche sagt es sei ein fasse ist übert die mitteile und für freundlich juhu haben wir sind Warum fragst du? Um was geht es in eurer Bewegung? Schön, dass du das fragst. Unsere Mission ist nichts geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern oder Geschichten erfahren, wie das Leben vor dem großen Krieg war. Vielleicht hast du dich gefragt, warum kann es wieder so sein? Tja, Meister, ich sage dir, dass es möglich ist. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Hier versucht bist du dir schuldig. Ja, bin ich. In Ordnung. Fantastisch. Du wirst es nicht behäumen, versprochen. Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. Hier entlang nächster Fall. Das gefällt mir überhaupt nicht, wie ein Tod. Mal sehen, was der hat anzubieten. Ich denke umgekehrt, du beißt sehr hart und gewalte dich. Und allein die Raum, äh, gewinnt mir überhaupt nicht. Und jetzt? In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie dich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, mit mir an materiellen Besitz zu reden, um wahren Reichen, wahren Gesundheit und wahres Übungen zu lassen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weile ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Nein! Alles geben? Ich bin kein Idiot. LOL! Was für ein Drecksack! Hm, meine Meinung geändert. Ich gebe nicht her. Alles geben? Alles geben. Ich werde jetzt gehen. Deine Entscheidung, was du dagegen tun willst. So funktioniert das nicht. Alter, so viel! Wo, 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 wo! Hinter mir war einer! Kleidung, Heilung. Nimm mir Sprit. Loll, Ija, Burett. Noch einer ist. Wo? Oh! Alle? Alle? Alle, lieben. So! So! ich glaube nicht dass ich das schloss knacken kann und sie kann das was mani bei mir klar dass er sowas machen habe ich recht hat sich sowas von recht es wille beißen wie es geht nicht sehr hart wirklich beißen okay das lasse ich so dass haben wir das nehmen wir die waffe was haben wir da oh nein ich brauche brennstoff haben die nix da oder was nein 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 das nehmen sehr gern aber die uhr kommt steht dass ich brauche muni kaum stellen wir ein bisschen ja gut nichts interessanter wie sie zu schlafen schmutzige wasser 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 ok das haben wir schon gut erledigt alter voll idioten denken dass ich gebe alles ab schreiben in kommentaren was ihr denkt darüber ob habe ich richtig gemacht oder fehler ich denke habe ich richtig gehandelt weil ich muss so mein sonne red muss weiter dann brauche ich sie alle sagen so speichern wir wir schon wieder prägen schauen wir wie weit sind wir stückchen wir sind gegangen also sozusagen diese straßen entlang denn wir sind schon am ziel und erste teil okay bis sie gehen weiter also nichts ist okay was ist das 7 7 lal ein monster also all atme Wow, wow, wow. Toll, nein, wo ist mein Hund? Kleidung, Waffe, nein, Halsmittel brauche ich. Melonen. So, Hundefleisch. Das hat den Hund überhaupt nicht geschützt? Was war das? Was hast du gedacht? Denkst du, das werde ich ihn schützen oder was? Das ist nämlich okay. Uh. Oh, das war Glück. Schon wieder so eine Irre. Du, Drecksack. Danke, Hund. Du hast mein Leben gerettet. Das nehme ich, dass das passt. Äh. Ja, das nehme ich. Okay. Was ist nächstes? Ja, das nehme ich. Das brauche ich nicht. Das nehme ich. Das, das, das. Okay, passt. Auch passt. Okay, und dann nächste haben wir hier. Oh, Schott. Nicht schlecht. Das nehme ich auch. Bei mir klar, irgendwas stimmt mir nicht. Einer ist oben. Wie soll er nach oben kommen? Ja, ja. Ja, ja. Ich habe mit dir Spaß gleich. Ach so. Hä? Soll ich da kommen? Aber wieso da rumkommen? Ich weiß nicht selber nicht, wieso die da noch rumkommen. Oder hier irgendwo in dem Gebäude oder gibt es was? Hauptbürste. Nein. Nein. Nee. Auch nicht, habe ich gedacht. Hier? Aha. Ja. Ja. Scheiße. Okay, was soll der Scheiß? Nee. Nein. Nein. Ja. Nee. Nee. Nein. Wir müssen leise sein. Jetzt geht ab. Und? Geh weg. So. Schauen wir mal. Haben die was denn? Nö. Oh shit. So. Messer. Oh, danke. Für die schöne Leben. Oh. Ja, voll viel Muni hab ich. So. Tod. Hahaha. Ja, so sollte sein. Nicht so ganz. Oh, was ist das? Alles. Okay, das... Vielleicht sollte ich hier was zu essen. Oh, scheiße. So. Pistol, Muni. Mehr nicht. Aha. Öffnen wir und... Er wartet uns dort. 100%. Wie weiß, da sollte einer oben sein. Wartet, der ist ganz oben. Sicher. Oh, scheiße. Ist doch scheiße. Das ist ganz oben. Alles ist sicher. Es ist ja... Es ist ja... Es ist ja... Es ist ja... hmm und Oh, in der Sagen ist er so runter geflogen. So ein Reste ist hier aus. Ah ne, hat schon ein bisschen so ausgesehen, dass er so runter geflogen. Puh, Glück gehabt. Okay. Das haben wir. Ja, Hund, das schreckt mich nicht. Hier bekomme ich es noch nicht drauf. Scheiße, muss ich die knacken, langsam geht's. So, oh. Zack, unten, 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 noch weiter. Und springen. Wir leben noch. So, heilen wir uns. Oh, okay. Okay, dass es nicht so hilfreich war. Jetzt. Also Leute, ich muss es sagen, leider das war's. Zack, nicht so viel. Und bleib gesund. Und bis nächste Mal. Ciao.